wir sind schon ausgebrochen der letzten folge haben wir jetzt diese super raketenwerfer haben diesen super raketenwerfer gefunden der uns nichts bringt in wirklichkeit und haben uns gedacht wir machen schnell eine straßensperre weg die uns im weg steht und somit haben wir wieder ein paar punkte gewonnen wir sind hier bei john und haben widerstandspunkte eigentlich zwei drittel fertig ist ein guter schnitt hätte ich mal behauptet aber ja kann man jetzt sagen was man will jeder wir will und somit ist es mir egal hauptsache wir kommen weiter und sind gut dabei ich weiß mein freund ich weiß ich kann es nicht ändern sehr was so tun muss unsere waffe haupt und seine gekauft also defizit im endeffekt das war wohl diese hier genau zack oder wir nehmen wir diese hier die kann glaube ich auch eben sowas so das ist das scharfschützengewehr so kurz was testen ja so nicht schlecht liebsten würde ich beide mitnehmen aber das glaubt ja wieder nicht schau mal ist jemand ist mal mit schützt los hallo das war das wirklich Aha Das war ich, sorry Ich habe geschossen hier So, darum kommt das Auto, was ich brauche Beschaffen Kommt der auf uns zu? Nicht, der kommt wohl auf uns zu Dann halten wir auf den zu So, einmal darüber Ich muss kurz laufen Ich werde ihnen da helfen Irgendwie Ich glaube, die haben Hilfe verdient So, ich muss mich kurz vorbereiten Auf was anderes So Pass auf Verdammt, der fährt da oben Egal Muss man mal fahren Wir holen ihn uns dann schon Ich zerlege jetzt diesen LKW da Tut mir leid Was du dran glauben musstest Drei glauben musstest Diesmal lief es ganz okay Puh Der hat gesessen So Achter, bitte Achter, bitte Das soll ich nicht hinschauen Hoffentlich hast du was gutes gefunden Meine Güte Ich schaue nicht hin und die explodiert Jetzt bin ich echt enttäuscht Jetzt bin ich echt enttäuscht Es tut mir leid, dass Citra glauben musste Dass wir nicht schnell genug hier waren Das ist echt bitter Was ist mit ihm? Okay, lass mal stehen So, ich will da mal herschauen Da haben wir einen umgenietet Die Waffe ist böse Auf die Entfernung Auf diese Entfernung einfach einen umnicken Gut, so das ist weg Alles Verstoppe und beschaffe den Todeswunsch Der kommt wieder runter, der kommt wieder her Da gehen wir davor Was machen wir zu Fuß? Ist der da? Jetzt sind wir auch da Der fährt da die Runde Okay Ähm Stoppe und beschaffe den Todeswunsch Selbst wenn ich ihn zerstöre Ist schlecht Das bedeutet gleichzeitig Ich muss Irgendwie Ja Offizieren Ist klar Sie haben es keine Ferne Wenn sie die ganze Munition haben Unterwegs Weg mich Okay Okay Pusherknopf Ich bin in der besseren Position So Der ist weg Der ist weg Der ist weg Schießt auf uns Wir haben Gerätschaft Hilfe seit Verdammt Ich will mich ans Leben klammern nochmal Ich klammer mich hier ans Leben Irgendwie wird es nix Haha Wieder nichts Wir haben eine bessere Waffe sichern deutlich Jetzt kommt der Jetzt kommt der Ja Ja Machst du nicht ins Gras Koppel Eine Missgeburt weniger So Man muss tun, was man tun muss, um zu überleben Die falsche Waffe mit Das war gar nicht jetzt Wir haben eindeutig die falsche Waffe mit Die ist zwar geil auf weit entfernen, ne? Oft ist nahe ist die Einfach zu vergessen So Wer kommt denn da hinten? Okay Nein Nein, kann ich nicht helfen Nein, kann ich nicht helfen Da ist irgendwie was markiert worden Darum hängt schon wieder einer Alter Solche Schweine Stimmt Das hat uns aus dem Stab zu machen Nein, 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 nein Ich brauche das Auto Das holen wir uns Was macht der jetzt in seiner Panik? So Ich brauche den Todeswunsch Den holen wir uns jetzt hier irgendwie wurscht wie Wenn ich ihn kaputt mache, was ist dann, also das wäre die Frage. So. Ähm, einstellen. Zu dumm. So, ich fand ihm nach. Alter. Ich kriege das Radar. Besser. So, den holen wir uns da vorne schnell. Ziemlich schnell, hoffe ich. So. So. Schönlich falsch. Ist jetzt nicht so ein fehlgeschlagen. nicht was mission fehlgeschlagen zur basis zurück von der penner so bin ich denn jetzt hier schnell reise ziel da wer dazu das wunsch von dem her nicht so schlecht raus darüber der gebiete der Vogel ist angestürzt jetzt nicht anders verdient der Todeswunsch der fährt nach da oben das heißt er kommt da vorbei ich brauche da eine bessere Position hier kommt das heilige Feuer wo ist die Leute stürzt so das heißt nicht vermuten töten töten alles was sich bewegt hier der führt da die Runde genauer stücke wird in die falsche richtung der wald rein und wir gehen darüber dieses Flugzeug einfach verschwindet so gehen wir da entlang passt kein Tod von oben der findet uns nicht mehr wir sind weg ja ja ach Gott der quasselt die ganze Zeit ich will diesen Todeswunsch haben stoppe und beschaffe den Todeswunsch das geil ist das den an der Fliege einfach mal verreckt ist das finde ich super da kann passieren so der Todeswunsch wird da ja ja find man so Vorteilspunkte halten okay für was jetzt natürlich die flugabfertigen nicht schlecht so ich bin im Anflug für den Angriff ja tuner das war mir gefischt so ich gehe nämlich da rüber auf Chilek so so mein Flugzeug wird beschädigt so zack gibt es da drinnen von denen ganz gleich wissen hallo da ist auch mal niemand ist da drinnen die 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 das die 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 das wechseln was du willst ich nimm kurz das auto beschossen was haben wir denn hier interessiert uns gerade nicht ich suche dass das los ist das finden könnten dass wir brauchen es ist mit hinter dem böse oder gut weg mit meinem auto weg gottes ist keine ahnung was ich mache ich mit dem vorgehen soll keine blöse schüler zum beispiel schläger aber schlecht da gibt es den öltank ja den holmann später ja ja ich zerstöre ich Sachen von der Sekte aber entschuldigung es dauert halt ein bisschen bis wir was zerstören da drüben ist auf jeden fall ein Sektenposten gewesen den haben wir eliminiert deswegen können wir da getrost her gehen und uns alles einstecken was es gibt was gibt es denn da noch so ein quote kurz mal ich stelle das jetzt mal daher na lasst es da stehen du tipp bitte so 400 netten noch dann schlössertrimmränderwolf ja ist er erledigt okay ich nehme den nächsten lkw durch gleich steht nämlich der lkw das hat echt vorteile so mit dem lkw ist ein bisschen geschützt außer explodiert scheiben kommen jetzt von hinten welche so mit denen da kommt genau einer während der auto da kommt hat wenn wir nicht schießt ihn auf uns ok den hätten wir mal da da liegt und weg ist er ist mir die ich ziehe einfach ok den haben wir da wunderbar ausgeschossen ist doch auch was wert das wird jetzt schon das aufgebaut haben was zielt darüber oder her na was ich glaube der ende weg was sage ich schon weg den charme möchte ich hier schon zusetzen eigentlich nur es gelingt mir nicht so ganz das ist ja die infotusse da unten die ist gut mit dem wuffel so der kommt gleich wieder das heißt wir beschießen den nochmal ich will den haben ich will diesen auftrag einfach erledigen so darf ich jetzt ist glaube ich besser jetzt beschießen wir das teil mal einfach nein oder da schießt mich da jetzt da hinten alles klar so ja tue ich hier so dann habe ich ja ja was ist denn da alles los ist gut oder ja sehr gut es geht ich ja ich da ich ja ja das ist ja ja diese menschen danke für deine hilfe das geht nicht ich würde es fast können kacke bräuchten zum raketenwerfer ich praktisch gerade so ist man nicht wie soll ich denn den zum anhalten zwingen? oh der ist weg, geil, der hat den runter geholt wie geil ist denn das? Ben hat den Hubschrauber runter geholt guter Mann, echt gut na gut, ich würde sagen, wir lassen es hier mal ich bedanke mich wieder fürs Zusehen wir sehen uns in der nächsten Folge wenn es wieder mal heißt Far Cry 5 und wir versuchen schon weiter Dampf zu machen bis dahin, ciao und alles Gute, Baba